Among Us könnte man als Spiel des Jahres 2020 bezeichnen, obwohl es eigentlich schon 2018 veröffentlicht wurde. Wer das Spiel auch einmal ausprobieren möchte, ist auf mindestens vier Mitspieler angewiesen. Richtig Spaß macht es aber erst ab fünf oder mehreren Mitstreitern. Die gute Nachricht, Crossplay zwischen Smartphone und PC ist möglich. Trotzdem ist es nicht immer leicht, eine so große Gruppe zum Spielen zu motivieren. Die Online-Funktion des Spiels kann zwar über den Text-Chat gespielt werden, richtig Freude kommt da aber keiner auf. Und jetzt kommt mein Tipp. Es gibt einen deutschsprachigen Discord-Server, der genau hier aushilft. Man kann hier mit unbekannten Mitspielern spielen oder private Lobbys erstellen, um mit Freunden zu spielen. Wie der Discord-Server funktioniert und wie ihr diesen beitreten könnt, erkläre ich nach dem Intro. Wer ganz neu dabei ist, muss sich erstmal einen Discord-Account anlegen und am besten das Programm installieren. Danach sollte man in die Optionen gehen und die richtige Soundkarte für Kopfhörer und Mikrofon auswählen. Bei Among Us ist das Muten, also das Stummschalten, besonders wichtig, deshalb sollte man sich eine Tastenkombination dafür festlegen. Zu guter Letzt sollte man dafür sorgen, dass das Overlay aktiviert ist. Dafür muss Among Us und Discord gleichzeitig gestartet sein. Wenn das alles vorbereitet ist, geht es los. Im ersten Schritt müsst ihr dem Among Us-Deutsch-Discord-Server beitreten. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Natürlich lesen wir uns die Regeln durch und halten uns daran. Als ersten Schritt auf dem Server sollte man den Text-Chat mit dem Namen MM-Einstellungen betreten. MM steht hier für Matchmaking. Hier kann man mit zwei Klicks festlegen, ob man nur mit Mitspielern über einem bestimmten Alter spielen möchte und welche Karte man spielen möchte. Diese Einstellung ist dann sowohl für das Erstellen einer eigenen Lobby als auch für das Beitreten zu einem Spiel relevant. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr habt die Möglichkeit eine eigene Lobby zu erstellen. Dazu einfach auf Lobby erstellen klicken. Oder ihr könnt auch bestehenden Lobbys beitreten. Erstellt man selbst eine Lobby, sollte man auch den Raum zum Spielen bereitstellen. Da die Mitspieler das Overlay aktiviert haben, macht es Sinn, den Raumcode hinter dem eigenen Namen zu schreiben. So kann jeder im Spiel den Raumcode sehen. Möchtet ihr mit Bekannten spielen, könnt ihr direkt nach dem Erstellen der Lobby den Text-Chat mit dem Namen Kanalverwaltung betreten und mit dem Befehl Ausrufezeichen Close die Lobby auf Privat stellen. Nun könnt ihr eure Freunde mit dem Einladungslink zu dieser Unterhaltung einladen. Und es können keine fremden Personen der Gruppe beitreten. Damit habe ich euch die Grundlagen für den Discord-Server für deutschsprachige Nutzer schon mal erklärt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr es teilt, abonniert und einen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020